Was ist Autoform? Autoform stellt eine Simulationssoftware her, die dann verwendet wird von Methodenplanern bei der Automobilindustrie oder bei Werkzeugbauherstellern. Wir können mit unserer Engineering-Software simulieren, was passiert mit den Blechen, in welcher Konsistenz müssen diese Bleche geartet sein und können dementsprechend Kosten einsparen, weil es sehr schnell gehen kann. Mittlerweile sind wir weltweit vertreten mit Tochtergesellschaften und insgesamt 250 Mitarbeitern. Unsere Kunden sind vornehmlich die Automobilindustrie, also die OEMs. Diese Automobilindustrie hat in mehreren Bereichen Standards gesetzt und wir müssen uns natürlich darauf verlassen können, dass unsere Software, die entwickelt wird, auf solchen Geräten entwickelt wird, die zertifiziert sind, dementsprechend von unseren Kunden akzeptiert sind. Und da lässt es sich natürlich leicht mit einem Partner wie Dell zusammenarbeiten. Dell ist unser Hardware-Lieferant für die ganze Hardware-Geschichte, weil Dell Precision eine Modellreihe ist, die von kleinem Einsteigermodell bis zu einer großen Workstation alles beinhaltet. Wir passen auf, dass wir die richtigen Modelle bei uns an den Arbeitsplätzen haben, sodass unsere Entwickler auch auf dem guten Stand, dem modernsten Stand stehen und dementsprechend auch unsere Software entwickelt werden kann. Die besonderen Merkmale der Precision liegen halt darin, ich kann sie einmal als kleine Rechner einsetzen bei Autoformen im Administrationsbereich, aber auch in der Entwicklung. Da sind wieder ganz andere Ansprüche als zum Beispiel auch im Trainingsbereich oder auch im Supportbereich. Auch der Vertrieb braucht wiederum andere Geräte als die Geschäftsführung. Weil wir ja nun mal eine Simulationssoftware herstellen und eben manchmal auch an die Grenzen ran müssen. Es ist gut und die Freiheit für den Mitarbeiter ist es, wenn er mir sagt, ich brauche ein bisschen mehr Speicher, dann ist es in der Regel kein Problem, den nachzurüsten. Für das Unternehmen Autoformen, das grundsätzlich in der Produktion und Entwicklung darauf baut, dass es gut arbeitende Hardware hat, damit die Software auch entwickelt werden kann, ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir uns darauf verlassen können, dass Partnerschaft eins ist, aber auch eben die Geräte an sich sehr gut funktionieren. Im Vertrieb haben wir einen Ansprechpartner und das ist auch eine Sache, die gut geworden ist. Das hatte Dell früher nicht. Inzwischen hat man einen Ansprechpartner, der auch jetzt über die Jahre gleich bleibt und das ist ein echtes Vertrauensverhältnis, was da entstanden ist. Die Zusammenarbeit mit Dell empfinde ich als sehr gut, wenn man einen kompetenten Ansprechpartner auf der anderen Seite hat, der halt auch auf Wünsche eingeht. Wir haben noch keinen erlebt, der hier hinkam und nicht wusste, was er tun muss, sondern meistens waren die Sachen in maximal einer halben Stunde erledigt. Wir hatten mal den Ausfall einer Grafikkarte nachmittags um halb vier und am anderen Morgen um neun Uhr war das Ersatzteil geliefert, sodass wir kaum Ausfallzeiten an diesem Rechner hatten. Ich glaube, auch da ist die Partnerschaft so gewachsen, dass man weiß, wenn wir Probleme haben, dann wird auch sehr schnell reagiert. Auf einen Partner zu verlassen ist halt sehr wichtig in unserer Lage, weil wenn wir keine Hardware haben, dann läuft unsere Software nicht. Das heißt, unsere Produktion steht still. Man könnte wechseln, man tut es aber nicht, weil man gut aufgewogen ist bei Dell. Wenn man halt diesen Service hat, die Hardware ist gut und der Service ist noch besser. Der Kunde von uns zahlt sehr viel Geld für unsere Software und wenn Hardware und Software schon nicht aufeinander abgestimmt sind oder die Hardware untereinander, dann führt das zu Problemen. Das macht mir mehr Arbeit und daher mir weniger Spaß. Von daher ist es für uns gut, dass man auch nicht nur die Software, die eh gut ist, sondern auch eine gute, eine ebenso gute Hardware dazu hat. Wir wissen, was Dell liefern kann und bieten kann und wir haben es bei uns so eingestuft, dass es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist, mit dem wir sehr gut arbeiten können. Zukünftig werden wir immer dort sein, wo Autos hergestellt werden, ganz eindeutig. Und somit ist es natürlich wichtig für uns als Lieferant von Software mit einem Partner wie Dell zusammenzuarbeiten, der ein Zertifikat hat, das bei der Automobilindustrie anerkannt ist. Bei Dell funktioniert alles, von der Beschaffung bis zum Support, ist alles aus einer Hand, alles aus einem Guss. Es funktioniert und wir hatten noch nie Probleme damit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017